ein herzliches willkommen liebe freunde hier mit mir dem toto der allerdings heute mal eine testfolge clash royale macht die ich auch mal am handy aufnehmen da habe ich noch nie etwas aufgenommen deswegen wollte ich mal schauen wie das überhaupt so rüber kommt aber das kommt ja richtig gut gleich mit einer störung hier dann rufen wir es einfach noch mal gerade auf ok scheinbar scheint die störung jetzt weg eigentlich hatte ich euch ein kampf zeigen wollen von mir nämlich was ist denn jetzt los kann doch nicht sein okay wir gucken uns das noch mal an ich habe den kampf 3 gewonnen ja so ist das doch auch scheiße wieso verliebe ich denn hier die wlan verbindung hallo ich sitze neben dem repeater so eine kacke ich meine wenn ich jetzt neu verbinde jetzt bin ich wieder mit wlan verbunden kann nicht sein aber irgendwie nimmt er meine befehle hier nicht anmeldung erneut klappt ja richtig gut fürs erste video dann hoffe ich dass es jetzt mal klappt jawohl jetzt können wir uns den angucken ich hatte eigentlich vor da ich das deck jetzt das erste mal gespielt habe dass ich mein lavahund den ich kurz vorher auf zwei gebracht habe hier mal einsetze ich spiele das spiel ja eher selten und weiß auch nicht genau was verbrauchten der gegner jetzt gerade an an elex welche truppe könnte er wohl setzen und 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 bin also sehr unbedarft was dieses spiel hier angeht aber den habe ich glaube ich doch ganz gut gemacht ich wollte zumindest den lavahund mal ausprobieren ziehe den auch jetzt direkt auch wenn es kostet der dauert ja doch bis der erst mal so unterwegs ist und hatte mir dann gedacht dass ich mit irgendwas dahinter kommen muss die bogenschützen waren jetzt suboptimal aber ich habe feile gesetzt so habe ich schon zumindest mal den magier mit angehittet und auch die beiden bogenschützen weg gemacht wenn der dann gleich zerplatzt mit der musketieren im nacken dann ist das auch schon mein erster turm gewesen das ging also wirklich schnell jetzt muss ich ein bisschen aufpassen dass er mit seinen truppen nicht durch kommt und wollte ihm eigentlich gleich wieder mit einem push überraschen aber jetzt kam er erst mal mit seinen sachen so ein bisschen rüber und jetzt habe ich gleich auch suboptimal meine walküre gesetzt das war nicht so gut dass ich die nur für die elite barbaren gesetzt habt ihr hätten eigentlich den ritter ein bisschen mit wegschlagen sollen ist also nicht ganz so tragisch der magier macht da hinten allerdings schon auf den mittleren turm beschuss da hätte ich nicht gedacht dass er soweit durchkommt ich glaube jetzt macht der gegner auch einen kleinen fehler indem er nämlich nur meine beiden bogenschützen blitzt und ich kann jetzt aus der rechten ecke mit dem lavahund noch mal vorgehen setzt sich allerdings setzt erst die musketieren um den hoc abzuwenden und setzte jetzt aber noch vor die musketieren den lavahund und ein paar kobold hinterher wie gehabt die pfeile um so ein bisschen was weg zu hätten und komme jetzt noch mal um den gegner richtig abzupuschen mit dem ritter hier aber oben seht ihr selber der turm geht so schnell dauernd von den papis er schafft noch ein turm von mir aber ein richtig schöner drei stern und hat mich vor allen dingen eine goldküste gebracht aber es war natürlich nicht schlecht die kann ich allerdings erst in eine stunde 35 überhaupt anfangen aufzumachen und es gibt nicht zu spenden mal schauen ob ich noch die eine oder folge von clash royale bringe wie gesagt ich spiele es nicht so oft bin zwar level 9 aber war noch nie über level beziehungsweise über arena 7 hinweg das heißt ich war noch nie in acht das habe ich bisher noch nicht geschafft aus welchen gründen auch immer und mal gucken vielleicht sehen wir uns bei einer neuen folge cr oder ganz sicher sehen wir uns bei clash of clans bis dahin euer toto clasht aber die Untertitelung des ZDF, 2020